Hallo zusammen, Ei Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Rückkehr nach Bovalus anzunehmen, bei Brand Bronze Bard. Diesmal aus Natsmir, an dieser Position. Nehme die Quest gleich mal an und dann darf ich hier mit diesem NPC sprechen, Desha Sturmschweiger und sage, bringt uns nach Bovalus zurück. Da bin ich auch schon. Quest ist dann abzugeben bei Halford-Wilban in Bovalus, an dieser Position. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao.